Koffe Hallo, aufstehen! Folgendes Ich hab ein Kind im Ohr! Guten Morgen, Ui! Koffe Kaffee ist so Hammer wie Yoga LP So, äh, folgendes In meiner Straße da ist ein Hörgeräteladen und die Firma von den Hörgeräten, die heißt Kind und es gibt jetzt neue Plakate wo glückliche, alte Menschen davon berichten, welche Lebensqualität sie jetzt ja wieder haben da sie ein Hörgerät haben und der Werbespruch ist Ich hab ein Kind im Ohr Hm, das ist ja ekelhaft Ein Kind im Ohr Wie groß muss denn das Ohr sein, dass da ein Kind reinpasst? Oder wie groß muss der Typ sein? Weil das Ohr sieht ganz normal aus Man kennt so die Größenverhältnisse nicht, weil der nette Opi steht vor einer weißen Wand Also man sieht die Größenverhältnisse nicht Ich stell mir jetzt da vor, dass der irgendwie so 50 Meter groß ist Und so ein Godzilla, der dann durch die Stadt läuft Auf der Suche nach Kindern Die er zerstört und in sein Ohr steckt Weil die Menschen nur noch so klein sind wie Ameisen Ich hab ein Kind im Ohr Noch eins Stereo So wird das wohl sein Ich frage mich auch Wenn ein Kind im Ohr ist Wie funktioniert dann diese Hörhilfe? Ist das dann so, wenn er was weiß ich Die Nachrichten anhat und der Sprecher sagt Guten Abend meine Damen und Herren Und dann übersetzt das Kind im Ohr Hallo Oder wie funktioniert das? Ein Kind im Ohr Eigentlich kann man aber froh sein, dass die Firma Kind-Hörgeräte herstellt Können die auch schlimmer werden Tampons oder so Das wäre doof Ja So jetzt seid ihr wieder dran Liebe Ui-Diologen Liebe Ui-Dioten Liebe Ui-Pfer Kaffee-Böhnchen Nur der kurze Hinweis für euch Jeden Montagabend Nein, nicht jeden Montagabend Aber Montagabends Oft Montagabends Um 22.30 Uhr Hier in diesem Kanal Machen wir live Den Ui-Comedy-Hangout Wo bekannte und unbekannte Comedians Und normale Menschen Wir treffen uns alle Und reden einfach Ihr könnt live dabei sein 22.30 Uhr Einfach den Kanal einschalten Könnt ihr mitkommentieren Oder so euch im Archiv anschauen Kaffee Oft Montags Nicht wirklich jeden Montag Schaut einfach rein 22.30 Uhr Kaffee So, das war's Achso ja Wenn ihr auch am Anfang genannt werden wolltet So wie Yoga LP heute Kaffee ist so Wie Dann müsst ihr einfach in die Kommentare schreiben Ja, okay Kaffee 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 Kaffee